Ah, das war jetzt der Gegner aus Überstahl. Moment. Haben wir jetzt schon drei? Oh, cool. Ah, so war das. Ich habe hier... Okay, ah. Ah, ich habe hier ursprünglich keinen Überstahl bekommen. So war das. Stimmt, und ich habe mich, glaube ich, gewundert, was das da unten soll. So, komm, dann machen wir mal eine Eiswand. Ich dachte mir, das ist nur für Gold oder irgendwie so. Das ist ja komisch, dass man da echt, okay... Ja, gut. Ja, super. Damit habe ich halt nicht gerechnet, dass ich jetzt das ganze Überstahlzeugs jetzt schon habe. Tja, na gut, dann eben... Ja, das gefällt mir prinzipiell. Habe ich jetzt prinzipiell kein Problem damit. Da, 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 da. So, da haben wir gespeichert. Das ist schön. Ja, dann werden wir jetzt trotzdem zu den Sören gehen. Wir haben 56.000 Gold, was bedeutet, wir können uns trotzdem nicht wirklich viel leisten. Das ist eigentlich eh traurig, ja. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwo noch großartig Goldschätze finden. Das bedeutet, wir wären jetzt eigentlich auf, ähm, Dingens, auf Farming abhängig. Von Farming abhängig. Das finde ich doof. Moment, jetzt gucke ich mal ganz kurz ins Tagebuch. Was haben wir hier noch? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt hier das Drachenkugel-Quest auch endlich mal abgeschlossen. Angry Birds haben wir immer noch nicht geschafft. Und Double Dragon, ja. Aber schön langsam wird's. Geheimnisse haben wir immer noch, sieben zu lüften irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich mal durchgehen, was ich da so vergessen habe. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen einfach von dem Zeugs. Aber da werde ich mir wirklich vom Internet-Liste raussuchen. Und dann ein bisschen querchecken, was ich von den Geheimnissen wirklich vergessen habe. Ja, dann gehen wir da nochmal durch. Da finden wir vielleicht noch ein bisschen Gold. Wahrscheinlich, ich meine, definitiv nicht genug, um mir irgendwas hier zu kaufen von dem Zwergenzeug. So, jetzt müssen wir ein bisschen Goldschweiß. So, ja, wir haben die Gegner tot. Das ist schön. Dich haben wir tot. Dich haben wir auch tot. Und dich haben wir auch tot. Und dabei. So, könnten wir eigentlich noch alle auf Level 100 leveln. Ja, weil es so spaßig ist. Aber nee. So, hallo Zwergenstadt. Ich bin so froh, dass wir hier jetzt diese wunderschöne Abkürzung geschaffen haben. Und dann geben wir dem noch das letzte Ultimetall. Und wir haben... Ey, Ultimetall. Genau. Waffen. Gut, die wären gar nicht mal so teuer. Unter Anführungszeichen. So, wem wollen wir denn am ehesten eigentlich jetzt buffen? Eigentlich eh den Tank. Ja, komm. Wir kaufen dem Tank sein ultimatives Schwert. Ja. Was? Geheimnis gefunden? Wie jetzt Geheimnis gefunden? Ah, okay. Warum haben wir... Was sagt er jetzt? Was kann ich für euch tun, ultimative Helden? Warum haben wir da jetzt ein Geheimnis gefunden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben wir jetzt alle Geheimnisse? Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Geheimnisse, oder? Tagebuch? Hm. Was waren vorher 32, oder? Na, jetzt sind es 33. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil der Laden jetzt komplett ist. So. Was sagt er? Ja, wir werden ja der fliegende Spaghetti-Monster herausfahren. Wir wollen es natürlich vorbereitet sein. Es ist das stärkste Monster, dem ihr je gegenüberstehen werdet. Ich empfehle Stufe 90. Wir haben Stufe... Ja, da sind wir gar nicht mal so weit weg. Also wir haben hier noch Stufe 81. Aber... Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ultimative Waffe. Wo ist die ultimative Waffe? Hier ultimative Schwert. Ja, das gibt schon noch ordentlich. 230, 740. Wahnsinn. Das gibt schon echt noch ordentlich. Weil wir waren ja doof, weil wir bei den Rüstungen haben wir ja wirklich legendäre Rüstungen. Und die könnten wir wahrscheinlich wieder voll teuer verkaufen. Was kosten denn eigentlich die Rüstungen? Was kosten die Rüstungen bei dir? Ultimative Rüstung 37.500. Na, okay. Gut. So, auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt echt weit gekommen. Ich werde speichern und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Weil ich mache eine Pause. Also, bis gleich Leute. Tschüss. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Doom and Destiny in einer neuen Aufnahme. Und wir sind relativ gut schon im Endcontent. Ja, Endcontent. Endgame und so, wie ihr alle wisst. Und wir werden diesmal, ja, ein bisschen ein paar Dinge angucken. Ein paar Dinge anschauen. Wir könnten irgendwann mal rechts unten auf die Spaghetti-Insel gehen. Nur das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Also da, wo wir durch diesen lustigen Strudel durch müssen. Aber es gibt ja auch noch diese Dr. Seltsam-Quest. Ja, und die werden wir uns dieses Mal geben. Und zwar, ja, müssen wir die dort antreten, wo wir schon mal waren. Nämlich, genau. Zurück zu MecGafil ins Schloss. Du, 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 du. Er habt dafür dafür d'abstück, die, du, 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 yaaah. We pista. Und wir fliegen über die Welt. Weil es uns so gefällt, in das Castle Town. Juhu und Rinder Huch, ja, Schwarzbild, hallo? Genau, danke So, tralalalalala Sehr schön Oh, da wollte ich ja gar nicht Moment, aber wir können hier auch noch mal kurz reingucken Du, 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 du Übrigens das ist das A-Team und nicht Final Fantasy 7 Ja, das ist das A-Team da herinnern Da war ich ein bisschen blöd drum auch der Truck da unten Das ist mal kurz gucken Wir müssen nämlich Geheimnisse auch mal durchgehen Hier können wir, nee, wir können eigentlich nirgends wo rein, aber ich glaube das Geheimnis haben wir eh hier auch schon bekommen, oder? Weil wir da leider ein bisschen spät dran waren Konnten wir dieses Geheimnis nicht mehr antriggern Ja, also beziehungsweise das Geheimnis schon Antriggern, aber die, die Cutschen Haben wir nicht mehr bekommen, weil wir das A-Team ja schon getötet Haben, wie ihr euch erinnern könnt, ne? Naja, gut, okay, aber waren wir zumindest hier Auch nochmal drin, sehr schön, so, aber wir müssen Natürlich nach unten in das Schloss, ja, von MacGuffin, das ist nämlich da rüber und da hoch Diese riesengroße, sinnlose Stadt Also ne, die Stadt ist nicht sinnlos, aber es ist riesengroß Ja, und wir wussten ja, hier haben die ja gesagt Ich habe einen Mann mit einem Laborkittel Und einem blauen Roboter gesehen Der Richtung Schloss rannte, vielleicht solltet ihr euch das mal ansehen Ich habe oben Einen Mann mit einem Laborkittel und einem blauen Roboter gesehen Vielleicht solltet ihr euch das mal ansehen Ja, wenn wir das ansehen sollen, dann machen wir das natürlich glatt So, wir tun trotzdem schnell Zwischenspeichern Hui, ich habe hier schon den neuen Spielstand angelegt Habe ich vorgearbeitet So, denn wir gehen da hinten hin Und lass uns hier mal rein teleportieren Weil ich hatte ja Angst, dass hier das Spiel aus ist Weil, hey, wir sind ja wieder zu Hause Und wir gehen da raus und Oh Mann, die Tür fehlt Typisch Benjamin, immer verliert er alles Genau, denn wir können hier weiter Juhu, jetzt geht hier weiter Jetzt gucken wir uns da mal um Genau, dann machen wir die beiden da kaputt Ja, weil die, genau Alles nicht so tragisch So, und wir sehen uns sehr fleißig um Da haben wir nichts übersehen Wunderbar So, was haben wir da dann noch? Hier unten, glaube ich, waren wir auch Oh, guck mal, ein geheimer Raum Aber so geheim ist er gar nicht Und die Tür, weiß ich nicht, die geht jetzt wieder zu Okay, so, und hier Oh, hu, und jetzt ist er da Genau, hey Oh, hier ist es recht eintönig, oder? Ich habe nichts gefunden, wonach ich ins Geheim gesucht habe Und meine Portemonnaie habe ich auch verloren Oh, da liegst du genau richtig, mein Freund Was? Oh, du schon wieder, was willst du? Du scheinst recht interessant zu sein Vielleicht können wir gemeinsam losziehen Freunde, interessant Was haben wir uns vorstellen? Ja, ich bin Francis und das sind meine Freunde Ich bin Dr. Insano Okay, er ist Dr. Insano und nicht Dr. Seltsam Na, egal, ne? Und das ist mein Roboterfreund Emilio Oh, süß Ich weiß schon, was ihr denkt Was für ein Langeweiler hat ein Roboter Er ist nicht mal ein richtiger Wissenschaftler Warum hat er einen Roboter? Ja, aber wisst ihr Ich habe tausende Freunde, die zuhause auf mich warten Ja, und es sind alles Roboter Die von mir gebaut wurden Und wenn es nicht genug sind Kann ich noch viel mehr bauen Moment, bist du nicht Wissenschaftler? Wofür steht das Doktor? Äh, du bist nicht Wissenschaftler? Wofür steht das Doktor? Nun, es steht für Doktor Aber Doktor ist mein Vorname Und Insano ist mein zweiter Vorname Ähm, wenn du also Ein echter Doktor werden würdest Wärst du Doktor, Doktor Insano? Äh, ja Das ist ja mal richtig bescheuert Wie könnt ihr es wagen Euch über mich lustig zu machen? Ihr seid wie alle anderen Aber ich werde euch zeigen Was echte Roboter-Freunde für einen tun Huch Oh, hi Hallo Emilio von Doktor Insano Komm, wir machen mal beben die Harnfläche Oh, tut mir leid Schlitz Oh, hu Das wollte ich euch nicht Ich bin mir jetzt nicht sicher wie stark das ist Deshalb muss ich mich doch ein bisschen mehr heilen Ja Und ein bisschen buffen und so Also die übliche Der übliche Spaß hier Na, Magiewand So So wie es sich gehört Und Francis macht dann Was machen wir mit dem Speeddown vielleicht Komm Ja, zumindest das muss ich Piu, piu Okay, wir sind ausgewichen Ja, der ist sehr stark Sie sind nämlich Komm, den haben wir so gut Tschüss Hm, hm Hm Energieleiste, super Wow Was hab ich von einer Energieleiste Ihr Drückigen Mistgirl Ich habe meinen lieben Roboter-Freund verloren wegen euch Ich werde Monate brauchen um eine neue zu bauen Äh, hast du nicht gesagt, dass du tausende von denen hast? Halt den Mund Und Okay So, jetzt ist er leider weg Ja Was prinzipiell nicht gut ist Weil, naja Was insofern nicht gut ist, weil jetzt wissen wir nicht wohin Und wir müssen den Typen jetzt, ähm, nach Nachrennen irgendwie Jetzt fragen wir die mal Wie erwartet sind die letzten Magischen Kristalle sehr klein und nicht besonders effektiv beim Bespören von Helden Wahrscheinlich, als hätte der Magischen Kristall gefunden Ja, bla 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 Okay, sehr schön Gut Ähm, auf jeden Fall Wir müssen jetzt Müssen den jetzt folgen Und irgendwie, wo ist denn der jetzt? Moment Der ist jetzt weg, okay So, die Frage ist jetzt Die sind auch weg Die sagen, dass sie den gesehen haben Ähm Die Frage ist jetzt natürlich Wie finden wir raus, wo der hingelaufen ist? Das ist jetzt eine sehr berechtigte und gute Frage Moment, ich muss Ja, komm, gehen wir da raus Ist egal Ich weiß es jetzt zufällig Ja So, wir müssen hier nach Westen Moment Und südlich dann da runter Sind wir da noch richtig? Moment Ähm Achso, da runter, okay Ah, und diese, okay, verstehen Diese, diese alten Minen Da sollte man den eventuell finden, oder? Ähm Ich muss mal kurz lesen Genau Okay Gut Hier habe ich gehört, sollte er sich verstecken Ja So, und schauen wir mal Achso, da müssen wir dann eh Müssen wir da runter, ich hab keine Ahnung Moment mal Ich muss mir das kurz durchlesen Na-la-la-la-la-la Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ja Ja Geh mal da mal runter So, la-la-la-la-la-la-la-la und dann hier rechts Achso ganz nach unten Dann rechts Oh, Fledermäuse, guck mal So. Wahrscheinlich ist der eh ganz zum Schluss einfach da drinnen. Ah, da sollte man speichern. Ja, auf jeden Fall speichern wir. Was denn noch? Sonst ist ja so gefährlich da, ne? Aber toll, dass hier das Licht so lustig rausleuchtet. Aber jetzt weiß ich gar nicht, diese Minen, die waren ja schon immer da. Klar, ja. So, okay. Und ich hab keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, dass der da ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Leute, die einen Hinweise geben. Aber naja. Wir brauchen die Hinweise nicht, weil ich habe eine Komplettlösung hier liegen. Also nicht eine Komplettlösung, sondern nur eine Lösung für dieses Quest. Weil das wäre mir jetzt echt zu mühsam, das jetzt noch zu suchen. Und auch fürs Let's Play wäre das, glaube ich, nicht so toll. Müssen wir eh mal schauen, ob das überhaupt richtig ist, wo wir jetzt entlanglaufen. Ne, scheint nicht so richtig gewesen zu sein. Ah, auf jeden Fall. Oder haben wir den? Achso, den haben wir hier schon get... Ach, ich bin ein Trottel, den haben wir hier schon getroffen. Klar. Ja. Okay. Moment. Ah, aha, ja, okay. Okay, ich verstehe. Achso, wir waren... Ja, ich bringe was durcheinander. Okay, da muss man zu allererst hin, da finden wir ihn also zu allererst, das allererstes. Und dann wäre er in MacGuffins Schloss und jetzt ist hier... ... 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 Auf jeden Fall, wir wollen dorthin, wo... Boah, wo war denn das nochmal? Hier war das, genau. Hier, da ist nämlich der tote Judas zu finden. Da laufen wir nach oben. La 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 la. Und schauen wir mal. Das war, glaube ich, der Weg da, oder? Täusche ich mich da? Schauen wir mal. Wahrscheinlich täusche ich mich. Nö, nicht mal. Cool, ich täusche mich nicht. Oh nein, ein Kampf. Ja, machen wir mal kurz kaputt alle miteinander. Und nochmal. Super. Nö, hätten wir natürlich nicht von Anfang an machen können, weil wir haben ja den Fluxkommensator erst vollspielt. So, und auf einmal ist nämlich hier jetzt eine Höhle. Ach, gucke mal. Eine Höhle. Da gehen wir natürlich rein. Oh. Nice, Swan. Schön, weil da bekommen wir wieder Gold. Ah, ganz viel Gold sogar. Naja, gut, ganz viel ist... Nee, ist natürlich übertrieben. Oder hätten wir da schon früher zurück uns teleportieren können? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann, wo wir ein magisches Relikt gefunden haben. Oh, guck mal. Lauter, lauter kleine Babyroboter. Oh, süß. So. Da ist natürlich rein. Da finden auch wieder ein bisschen Gold. In Form von Rupien, ja. Schön. So gefällt mir das. Und nach rechts. So, und hier steht, oh mein Gott, wir müssen unbedingt speichern. Speichern ist ja essentiell wichtig, weil es uns sterben wird. Und wenn das Spiel das sagt, dann kommt, dann machen wir es auch. Obwohl ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, endlich. Dieser Kristall ist perfekt. Wirklich? Er sieht aus wie der andere auch. Hey, das ist der Komiker von vorhin. Ihr? Nicht schon wieder. Was macht ihr hier? Wir erledigen heldenhafte Dinge. Und du? Was machst du hier? Was ich hier tue? Wissenschaft, natürlich. Äh, wirklich? Äh, nun, ja. Hast du auch, äh, hast du auch die nötige Erlaubnis? Ähm, na ja. Und Erlaubnis darfst du keine Wissenschaften machen. Aber ich mache keine ordinäre Wissenschaft. Ich beschäftige mich mit verrückter Wissenschaft. Wirklich? Natürlich. Äh, 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 und ich kann es beweisen. Ja. Hi. Im Video 1.0.0.1. Okay, da ist ein bisschen ein Upgrade. So, das wird uns mal wieder heilen, natürlich. Aber probiert haben wir es. So, ich glaube trotzdem, dass die nicht sehr stark sind. Deshalb Feuerwand. Die sind doch sehr stark. Machen wir das da. Oder? Ach, die sind doch stark. Ja, komm, da machen wir doch lieber vielleicht ein bisschen... Einfrieden. Na gut, doch nicht so stark. Okay. Ich habe mich getäuscht. Komm, Angriff. Oh, einer hat einen Bart. Ach, guck mal, einer hat einen Bart. Voll süß. So. Ja, toll. Piu, piu. Ja, seht ihr, also nicht sehr stark. Juhu. Und hier Charisma. Wir haben wieder komische Energieleisten gefunden. Ach, komm, er ist schon wieder entwischt. Wie macht er das? Das ist eine gute Frage. Können wir hier irgendwas uns öffnen, aufklauben, so? Nö, schade. Okay, gut, dann müssen wir wieder raus. So. Gut, dann, ähm, raus da, raus da, raus da, raus da. Und. Huch. Der Leichnam des Armen-Judas-Field. Ja. Ähm, ich lese jetzt mal wieder kurz. Neosushi-Island, go back to underground lab on the island, und ho. Ah, ja. Ja, gut. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ha, schön, 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 schön. Ja, ich hoffe, ihr stört es nicht, dass wir das jetzt wirklich so, dass ich das jetzt mit Lösung mache, dass wir das jetzt selber rausfinden, und dass ich dann eben bei mir ein bisschen lese. Ich war vorhin zu faul, das durchzulesen. Ich dachte, das machst du ja, let's play, weil komm, ist doch egal. Also, wir fliegen nach Sushi-Island, nennen wir das mal. Das ist nämlich dann da unten irgendwo. Oder da oben, wo ist Sushi-Island nochmal? Wo ist das nochmal? Ne, da unten nicht, das da unten ist. Falsch, da oben ist das. Da oben rechts um. So, da ist Sushi-Island. Und da soll es jetzt irgendwo das Labor geben, das ist da unten. Ja, und da gehen wir hin. Hallo Labor. Hui. Genau. Wo ich mich immer schon gefragt habe, warum hier so das Gebiet so seltsam ist. Aber naja, es ist seltsam, weil Dr. Insano hier ist. Ja, Dr. Insano, der kein Doktor ist, wäre ein Doktor, würde er Dr. Dr. Insano heißen. So, wir speichern es sicherheitshalber mal. Ja, weil der war so stark, das ist ja wahnsinnig. War nicht hier? Na, guck mal. Oh, guck mal, die Tür geht auf. Achso, da waren wir immer schon, ne? Die ging ja immer schon auf. Ja, mit voller Freude. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Aber ich denke schon, ich müsste richtig sein. Stimmt, da müssen wir zuerst mit dem Fahrstuhl nach unten. Ah, die eine Tür, ja, die haben wir ja eh schon, die haben wir ja eh schon mit dem einen Schlüssel geöffnet, aber da war halt noch keiner da. Aber jetzt ist natürlich wer da. Da waren wir letztens einfach so umsonst drinnen. Aber jetzt können wir da rein. Zack. Und hier ist speichern. Ja, auf jeden Fall. Genau, da waren wir und wir wussten nicht warum. Ah, nicht du. Mal wieder. Äh, warum? Was stimmt nicht mit uns? Ihr kommt mir ständig in die Queere und das werde ich nicht mehr zulassen. Äh, was? Wirklich? Wie? Ich habe einen neuen Freund. Einen echten. Judas? Bist du das? Das ist nicht Judas. Das ist Ninja-Robo-Judas. Wow. Ninja-Robo-Judas. Sehr cool. Dann werden wir trotzdem dem mal kurz eine bebende Hand rüberhauen. So, und ich glaube, der Kampf könnte ein bisschen schwieriger sein. Aber wahrscheinlich nicht. Wir machen trotzdem unsere vollen Buffs, damit der wirklich sieht, wie lustig gut, dass wir drauf sind. Ja, eine lustige, spaßige Truppe ist auch mal jemand. Gut, Francis, geben die Hand. Viel Spaß. Rein, Frieden. Ouch. Ja, genau. Mach mal Gegenschlag. Oh, Pew. Und mach mal nochmal Gegenschlag. Der Judas gleich hin. Wirbelwendenangriff. Schlepp. Nein, der hat keinen Massenangriff. Ich muss nur fluchen. Tut mir leid. Ach, tschüss. Ja, wenn du immer den angreifst, wie Idiot, da kann ich dir nicht helfen. Da siehst du eh, dass dir eigentlich ganz gut ist und immer ausreicht. Eieieie, komm. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Ja, der ist voll schnell. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Hat die überhaupt Schaden gemacht? Ja, viel nicht, weil wir werden ja immer so schön regeneriert danach, ja? So, das war's. Okay. Gut, wir haben gesagt, wir machen ihn mal hier bei seiner Primary-Fähigkeit auf Level 100. Der ist eh auch noch nicht fertig. Jetzt ist der auch fertig. Pauen wir den noch auf. Judas' Armband. Schön. Bis zum nächsten Mal. ий Mal. Untertitelung des ZDF, 2020